Verdammte Scheiße. Hoffentlich funktioniert das jetzt wieder. So, für die Leute, die das Spiel nicht kennen, das ist Skyrim und ich renne hier gerade in Lemkills Bauernhof rum. Äh, wieso mich denn hier raus? Ich hab keine Ahnung. Weltkarte auf L. So, Rorikstadt. Das ist da, da bin ich gerade. Das, äh... Ich bin zu selten auf der Karte, ich hab das Spiel erst seit letztem. Umgebungskarte, abbrechen. So, Rorikstadt ist... Hier ist Weißlauf, da kommt man ja das doch jetzt so allererst irgendwie hin. Und hier bin ich halt bei Rorikstadt. Und hier bin ich gerade einem komischen Mysterium auf die Spur gekommen. Den Todloskessel. Wenn man den... Haltet die Fresse! Mann! So, wenn man diesen Kessel, wie so einige andere Gegenstände, einfach gegen die Wand drückt, dann glitscht der so komisch rum. Ne? Und eben... Ach, komm, das werdet ihr noch sehen. Halt die Fresse! Mann! Ach Gott. Ich brauch eine Stelle, wo der... In den meisten Teilen schaffe ich es gerade... Na, genau so gackt er dann ab. So komisch. Nur... Da, ihr habt's gesehen, ich hab Schaden bekommen. Hm. Na? Na? Passiert was? Wieso funktioniert das jetzt nicht? Ach, komm schon. Wie ich diesen Vorführeffekt einfach nur hasse, Mann. Ich stehe nur im Weg rum. Mann. Jetzt braucht der Kessel wieder ewig, weil der ist nicht in Stimmung. Ja, kein Ding mach ich noch. Das ist echt doof, dass das jetzt gerade ein bisschen länger dauert. Eben hat das... Sehr schnell funktioniert. Ich bin die ältere Schwester. Fast fünf Minuten. Ich bin jetzt kaum wert, in meinen Schatten zu gehen. Habt ihr das gemacht? Das haut nicht so hin, wie gedacht. Ich hatte einen Traum, dass es einen guten Drachen gab. Er war alt und grau. Aber er hat mir keine Angst gemacht. Es gibt keine guten Drachen. Das kannst du vergessen. Wieso kann das Spiel das nicht das machen, was es eben gemacht hat? Geh mal auf den Weg! Geh mal auf den Weg! Nächstalversuch! ich kann auch singen das funktioniert ich muss den hier irgendwie ja komm ich fliege doch nicht durch mich durch die wir haben ja wirst du mich wirst du kessel 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 und mich jetzt um vorhin hast du das einmal so schön gemacht ja weiter 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 ich regeneriere mich das ist scheiße nein sterben tut und tun ok ok das kommt auf youtube auf jeden fall ich wusste zwar nicht dass das jetzt so geht das noch mal ich rutsche durch die welt ich rutsche das muss ja sehr ich kann noch nicht raus was ist ok ich glaube das ist nicht so wie gedacht wie gewollt komp r die hat uns leiden ja ihr alle passt auf mit mir vorsichtig aufpassen und los 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 ab rein ab rein und ich rutsche durchs boden und das geht ja sogar nein das will ich aber nicht naja steppe was macht ihr denn da wir sehen uns gleich noch mal warte und bla nächster versuch warum wir immer wieder hier bei der Sitzel Sitzel so rumhängen ist weil ich hier ein äh kleinen Quicksave gemacht habe weil ich einfach mal versuchen wollte die umzunocken weil die so viel reden umlocken umlocken ah töten so nächster versuch so ich weiß jetzt auch dass ich äh durch die welt glitschen kann ja töten und so weiter so kessel power kessel ach wie hab ich das wo hab ich das hier hab ich das glaube ich hinbekommen aber der stand auf dem Boden ganz der ist jetzt schräg hm ja ja ich bin noch nicht so weit in skyrim keine ahnung aber das spiel macht spaß und sing ja ich will dass das funktioniert endlich mal wenn das funktioniert werde ich das nachher in so einer epischen vorsichtig in so einer sequenz machen ja muss ich mich irgendwie auch komisch hinstellen oder was hoch springen nicht nix palace ich hab die schlechte fremd du wirst ja du wirst nicht welcher etwas der Dann könnte ich dorthin gehen. Boah, Lydia. Echt mal. Hey, hey, hey. Na, 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 na. Mach doch was, mach doch was, Kessel. Oh ja. Der macht mir irgendwie Nusschlein, wenn er gegen meinen Kopf fliegt, oder? Sollte ich den weiter... Ich hatte einen Traum, dass ihr mir sagt, dass Schwester Sessel bla bla. Schlagen, Totenton. Ah, komm. Ihr macht... C ist konstant laufen, nein. Mach das mehr, wenn der Kopf da näher ist. Okay, benutzen wir mal die Seite. Hallo, Kessel. Ich hab dich auch lieb. An den meisten Tagen schaffe ich es gerade so, meiner Schwester und meinem Vater zu entkommen. Schläge kassiere ich von beiden gleich viele. Ja, und Lidias Textnachricht geht da unten irgendwie nicht weg. Das ist gut. Komm, komm, komm. Töte mich, Kessel. Töte mich. Oder lass mich wieder durch die Welt glitschen. Glitschi, glitschi, glitsch. Oder töte Lydia. Oh, das war lustig. Nee, 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 nee. Kessel des Todes. Voll dumm. Dass ich das... Ja, gut, 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 gut. Ja, bring mich um. Töte mich, töte mich. ECQ wieder. ECQ. Da-da. Oh, das war gut. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Das war sehr gut. Das war... Ja, ECQ. Ich komm gleich zu dir. Kein Problem. Ich will nur eben sterben. Wenn ich tot bin, dann... Ich glaub, da will jemand dringend mit mir reden. Oh. Und ich spiel hier mit Kesseln rum, ey. Ich bin ja lustig. Ach, komm schon. Ja, Sissi, halt die Fresse. Nein, ich regenerier mich schon wieder. Nein, 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 nein. Ja, ist ja fast richtig. Da. Ja, ein Gag zumindest richtig. Ein Gag, ein Gag, ein Gag, ein Gag, ein Gag, ein Gag. Gag. Hm, hm. Ach, halt doch mal die Fresse. Halt doch mal die Fresse. Hey, rauch mit euch. Hä? Nein, nix da. Es ist meine Wohnung. Die bleibt so, wie sie ist. Hä? Was ist? Wo kommst du denn her? Hä? Was ist? Ihr geht jetzt besser. Nein. Wo kam der Depp her? Hier, ich bring mich nur um. Ihr habt doch nichts zu geben. Lalalalalala. Ist das mit sowas von Schnurzpiep egal? Hey, raus mit euch. Das ist halt so ein kleines Kind, ey. Rauch mit euch. Hier geht jetzt besser. Nö, 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 nö. Wie gerne wäre ich ein Abenteurer. Oh ja, töten, töten. Alle müssen sterben. Alle müssen sterben, sterben, sterben. Sterben. Ja, jetzt bringen wir mich nach unten. Oh, Kackkessel. Kack, Kackkessel. Meine Fresse. Hm, nee, ich geh nicht. Ich gletsche nämlich durch die Welt und dann schwebe ich einfach nach unten. So. Ja, mach Schaden. Oh, das ist so dumm, dass man sich regeneriert. Ah, das verstehe ich bei Suchenspielen sowieso nicht. Ist okay, dass es nach einer gewissen Zeit einfach so ist, dass man sich regeneriert. Aber blaah. Nö, 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 nö. Ja, ich bin noch fast tot. Hier, komm schon, bitte, bitte, bitte. Wo bist du? Lass du. Ich weiß, dass du das kannst, Kessel. Ich geh jetzt besser. Ah, bring mich um, Kessel. Komm, 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 komm. Das schaffst du. Ich geh jetzt besser. Aber wieso will der mich nicht töten? Hier geht's besser. Nö, 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 nö. Ja, hier, warte ich, um was tot und dann mach ich mir das kaputt. Mö, die Anstieg. Ah, so, ich muss. Geh mir aus. Dumme Kai. Tut nicht das, was man will. Was man will. Auch immer. Ja, ja, ja. Ist das an die Böse gekommen? Nein, ich hab blau. Blau, blau, blau. Ja, da, da. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Alles weg, alles weg. Habe ich noch was an? Nein, das ist der Superhero. Ja, das macht dir Spaß, oder? Nein, nicht wirklich. So, okay. Jetzt habe ich keinen Rüstungswert mehr. Zumindest etwas. Und mal schauen. Ja, das muss doch klappen. Das muss auf jeden Fall einen Unterschied machen, wie ich zum Kessel stehe. Das ist ein bisschen, weil das hier das größeres ist. Aber die ist in ihrem Leben besser als ich... Da, 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 töte mich. Ach, du! Ja, dieser Kessel, der ist so dumm. Ja, Schaden, Schaden. Ich kriege Schaden. Also, pass auf, hm. Das ist mir so scheißegal. Ja, ach, man, das hat ja kaum was gemacht. Das ist doch lindere Scheiße. Ja, hm. Kriege ich da absolut Schaden, oder was? Weil, mein Rüstung ist ja irgendwie scheißegal. Und jetzt hänge ich nicht. Äh, da, 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 da. Na komm, na komm. Bäh. Äh. Ja, klar, mach was. Voll nett und so. Geschwisterliebe. Reine Liebe. Weißt du, wie ich bin? Ja. Ja. Er hört, dieses Mädchen, wie wundervoll. Hör, halt die Backen. Ja, komm, jetzt bin ich gleich tot, ey. Der Tane. Ja. Wo, Kessel, Kessel, ich hab die. Da, bist du. Yes. Ja, ja, jetzt ist es doch fast soweit. Ja. Man kann durch diesen Kessel sterben. Yes. Yes. Ich hab's endlich aufgenommen. Ja. Gut, und zum Abschluss der Feier. Denkt ihr, was ihr da macht? Ne, was wollte ich doch nicht verprüfen. Ich spiel auf Hard Mode. Hartes Mode hier. Immer. Ja, und ich bin noch nicht sehr weit. Ich guck, sehen, wie weit ich bin. Hier, Fuß. Ja, Fußball. Fuß runter. Ja, der bringt mich jetzt bestimmt um, weil ich keine Ausdauer mehr habe. Und so ein Kack hier, ne. Ja, und da komm's. Da, plack. Abgegagd wie sonst was. Und äh. Warum tut er das? Okay, das war's. Das war's. Ich hab's endlich aufgenommen mit Kack. Und dazu noch einen weiteren Bug. Ja, ich bin sehr, äh, erst Stufe 7 und so. Aber auf der höchsten Stufe ist das halt nicht ganz so einfach. Ah, halt die Fresse. Hilfe! Ja. Nein, gut. Das wollte ich euch nur sagen. Beim ersten Mal ist das wirklich in einem Rutsch passiert. Dreck gestorben. An den meisten Tagen schon wieder gestorben.